Anlässlich des 20. Jahrestages der österreichischen EU-Mitgliedschaft haben wir unseren Europaschirm auf Reise geschickt und gleichzeitig mit einem kleinen Büchlein, mit diesem Büchlein Österreich in der Europäischen Union, gehen wir in die kleinen Ortschaften und diskutieren mit der Bevölkerung über die EU. Europa wird sehr oft als sehr fern empfunden und was ist das Wesentliche? Europa ein Gesicht zu geben, Europa eine Stimme zu geben und es ist unsere Aufgabe seit acht Jahren hier Brücken zu bauen.